Ist das Wetter? Christian? Was? Willst du von mir, ey? Schön. Ich mach aber jetzt nicht mehr den Führer. Jetzt kannst du mal wieder vorfahren. Nein, 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 nein. Sollst du mich nicht mehr hin? Nein, 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 nein. Hier runter zum Lift. Wir wollen ja da rüber. Und langsam. Immer bis zum Stand, Christian. Immer fast bis zum Stand. Und schön das Becken nach vorne schieben. So. Und dann den Oberkörper runter. So. 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 Jetzt merkst du aber deutlich, zwei Bier und der Schnee ist matschig. Sessel und entspannt entspannt voll Blasen Entspannend voll Blasen Entspannend voll Blasen Entspannend voll Blasen Entspannend voll Blasen Guten Tag, wird hier Gebäck gereicht? Wird hier Gebäck gereicht?